Tja, spannende Geschichte. Das ist ja ein Skandal. Ein waschechter Skandal um die Uhrzeit. Ja, der hat direkt den Server abgeschossen, das ganze Event einfach instant vorbei wegen seiner Runde jetzt gerade. Soll ich kurz auf die Kamera schalten? Alles gut, Körperbeherrschung. Da fliegt ihm der nächste Wirsing ins Gesicht. Was ist denn mit dem Clean Feed? Hast du den auch abgeschossen? Ja, das ist es ja. Die gehen jetzt rum, passen schnell auf und geht. Das war's. Machen wir halt keine Overtimes, sondern holen wir halt so die Zeit raus. Um 6 macht der Bäcker auf. Das war's. Komm, nochmal ne Synchro-Nummer. Hast du den gerade Publikum mit der Trommel gesehen? Richtiger Volldiot. Richtiger Volldiot. Ja, wir wissen auch nicht, was da gerade passiert. Aber wenn wir unseren Usern Glauben schenken dürfen, dann ist der Teamspiel wohl gecrashed. Also du musst aufpassen, dass die nicht immer zu weit von oben kommen. Und ja, dann musst du eigentlich gucken, dass das alles immer so läuft. Vielleicht musst du auch nochmal anrufen und dass die den Server wieder hochfahren. Aber du kommst ja einfach mal selber an. Einen schwarzen Bildschirm hab ich. Ganzes Wochenende. Einen schwarzen Bildschirm. Ja, dann machen wir die wohl uns hübsche Burschen sein. Das war's. Ja, vorbei. War Golden Gold Frick. Weil es ist spät. Kein Bock mehr jetzt, aber die ist jetzt alle weg. Alle weg. Ja, die haben nur die Location bis 5 gebucht. Also 11 Uhr ihrer Zeit. Jetzt ist Strom ausgegangen. Wo der Teamspiel-Server dranging. Ja, alle wundern sich. Der Hausmeister hat halt runtergefahren und gesagt, bis 11 Uhr muss er da bleiben. 23 Uhr. Keine Minute länger. Ist nicht bezahlt. Wurde nicht geregelt. Und deshalb alles runtergefahren erstmal. Ist ihm egal. Ja, und deswegen kann es jetzt wirklich sein, dass... diese Pistole als Golden Gold Pistole gezählt hat. Und damit wäre Virtus.pro in den Playoffs morgen im Viertelfinale qualifiziert. Also deswegen auch das GG-Observer gewesen. Für Golden Gold. Ja, ja. War ja die Ansage dann. Da haben alle zugestimmt mit GG. Deswegen ist ja dann immer GG. GG schreibt dann der andere auch GG. Und damit ist abgestimmt für Golden Gold. Ja, deswegen auch gerade die geknickten Blicke bei G2. Die haben einfach keinen Bock mehr. Dreads nicely. Alles klar. Let's go. Die Werbung war hier eben tabu. Nice. Morgen. Morgen. Müsst ihr euch verbreiten. Morgen wird's. Super. Morgen hat er mir versprochen. Kommt der Oberkörper rein. Hammer gebucht. Morgen. Morgen. Hemd und Krawatte. Und Sakko. Ich mag Fliege. Ich kann mir dich richtig als Fliegentyp vorstellen. Wirklich. Moment. Moment. Ich glaub ich hab sogar. Ich weiß nicht ob ich da die Fliege anhatte oder nicht. 2.1 mit Wirsing bei dir. Ja. Absolut. Ja das spiel ich ja normalerweise. Aber ich muss ganz kurz tun. Oh Gott. Ich hab's so. Du hast du abgetweetet. Shit. Nee. Ich dachte ich hab da ne Fliege anhatte. Okay dann nicht. Aber ich dich leider enttäuschen. Tut mir leid. Das ist leider doch nur ne Kreuzschiene. Ja. So. Das war's für den heutigen Stream meine Damen und Herren. Ja wir sind raus. Virtus Pro ist weiter. Und das mit einem 11 zu 5 geht in die Geschichte ein. Was machst du denn da? Was ist das hier dringend von den Leuten? Was sieht das aus? Ja bei Ausspucken geht schon gar nichts. Es bleibt alles drin. Barmuxer du Ekelhafter. War ich grad getrunken ab oder was? Was ist denn los mit euch? Es sieht halt immer schlecht aus wenn man dringend muss schicken. Ach Scheiße. Also wenn du die jetzt so. Es sieht immer scheiße aus. Deswegen hab ich auch ein Glas. Willst du das hier auch noch? Von wem bist du das eigentlich? So gar nicht. Aber ich weiß glaub ich auch gar nicht so genau wissen. Aber wir können's ruhig mixen mit meinem. Okay. Gepärst ja. Du weißt doch eh nicht mehr viel drin. Aber es ist mein Sprudelwasser. Ne 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 ne. Pass mal. Ist das auch Sprudel? Ne ne ist das gar nicht. Oh Gott. Es ist wirklich kein Sprudelwasser. Es ist Springbrunnenwasser. Ne ich hab nicht dran gerochen hier am Glas. Ich hab hier geguckt ob man. Also erst hab ich gerochen. War dumm von mir. Ich wollte aber erstmal riechen ob es wirklich Wasser ist oder was anderes. Ist aber Wasser. Aber wenn ich hier so aufklopfe dann spritzt es raus. Es spritzt nicht nur raus. Man würde auch erkennen. Hast du Sprudelwasser? Ich hab's schon ausgedruckt aber ich weiß schon. Ist da doch. Da ist doch noch ein Schluck drin eh. Ist der. Okay. Ganz gleich. So. Also das hier ist dieses Sprudelwasser. Ich roll mal frei für euch. Oh Gott. Wo kommt denn dieses denk ich her. So. Ähm. Genieh mir Knochen heute. Zwei Gläser Wasser. Physik vielleicht eher. Eins mit Sprudel eins ohne. Wenn ich jetzt dieses hier nehme. Ist geruchsneutral. Genau wie das andere. Also beides Wasser. So viel können wir schon mal sagen. So. Beides ist schon mal Wasser. Aber. Wenn ich jetzt klopfe. Siehst du es wie es sprudelt? Ja. Ich wünschte ihr könnt jetzt auch sehen. Siehst du es? Seht ihr wie es sprudelt? Achso. Da ist ja gar nichts. Hier. Achso da ja. Also es hat ja gesprudelt. Hier. Man kann es erkennen. Vielleicht kannst du auch nochmal die Stichprobe machen. Damit ich hier jetzt keinen Scheiß erzähle. Das sprudelt nix. Das ist äh. Also es sprudelt schon natürlich. Ja. Siehst du das? Also abgesehen davon dass wir jetzt alles hier. Es spritzt halt auch ein bisschen. Aber es sprudelt. Aber dafür haben wir auch hier einen dicken Teppichlied. Es sprudelt. So. Und hier. Oho. So. Aber hier. Bitte koch auch ins Glas. Schau jetzt in das Glas. Da sprudelt nix. Das sprudelt nix. Sprudelt was? Ne. Siehste. So. Sprudelt also nichts. Bewiesen. Und dadurch habe ich ihn nicht am Glas. Also natürlich habe ich am Glas gerochen. Aber es ging ja erstmal in erster Linie um diese Klopfbewegung. Und durch diese Klopfbewegung kann man feststellen ob Sprudel drin ist. Also Kohlensäure. Oder nicht. Kann man auch ganz gut nutzen um ein anderes Bier irgendwo drauf zu klopfen. Ja aber wir haben ja jetzt keine Flaschen hier. So ist es. Denn rein physikalisch können wir auch nochmal gerne zwei holen. Schade. Haben wir da was hier? Ne. Ne. Wir hätten was in der Nähe. Aber egal. Das funktioniert ja nur auf der Flasche. Genau. Wenn du drauf klopst. Wenn du jetzt dein Glas über dieses halten würdest. Ja. Auch wenn hier Sprudel jetzt drinnen wäre. Wir haben hier kein Sprudel drinnen. Daher funktioniert es nicht. Aber. Funktioniert nicht. Weil es versinkt quasi hier drin. So. Andersrum drehen würde kein Sinn machen. Jetzt bitte konzentrier dich auch mal ein bisschen. Wenn wir hier den Leuten was beibringen wollen. Ich bin voll konzentriert. Wir haben ja hier auch einen Bildungsauflag. Nicht nur mit CS und Taktik und sowas. Sondern auch was halt so im Leben mal abgeht. So. Pinkelflaschen eignen sich übrigens nicht für diesen Selbstversuch. Ja. Keine Kohlsäune. Denn auch da hätten wir welche hier parat. Also nicht hier jetzt. Sondern innerhalb dieses Gebäudes. Aber vielleicht kann man die auch extra ausspulen. Glaubst du nicht ne? Glaube ich doch. Ich würde sie sogar holen wollen. Ich glaube wirklich. Wenn du mich dazu aufforderst. Ich glaube es dir auch so. Also wirklich. So. Der Chat fordert. Was denn? Achso. Holen. Hier. Die Frage ist ja. Machst du es dann auch voll? So. Ähm. Ich hole jetzt. Wie gefordert wurde. Die Flasche. Freunde. Ich bin gleich wieder zurück. Ich mute dich mal. Dass du die hier nicht gewohnt machst. Okay. Tschau. Da geht er hin. Schon so groß. Jetzt ist er weg. Wie immer. Kann man nicht ändern. Da ist er. Was hast du mit Knochen gemacht? Oh da ist er wieder. So. Hier. Hab ich gefunden. Ich dachte erst sie wäre woanders. Okay. Dann dachte ich. Da ist sie eigentlich. War sie aber doch nicht. Hab falsch geguckt. Und dann habe ich sie doch gefunden. Und auf dem Weg habe ich sogar noch was gefunden. Hier. Noch unsere zweite Durchblickbrille. Mit ganz viel Durchblick. Wo ist Knochen? Wer sitzt da neben mir? So. Also das hier ist sie. Verblüffen, dass da ein Liter reingeht. Soll ich dir hier nochmal sprudeln was da rein? Würdest du denn daraus trinken wollen? Nein. Warum? Warum soll ich das? Weiß nicht. Das ist ja ein kleiner. Wofür das ist meinst du übrigens auch nicht. Ich weiß nicht ob es gut ist das anzufassen. Also vielleicht noch als Deck. Es soll irgendwie aus wie ein Deck gelungen bleiben. Aber ich kann ja auch noch nicht. Du hast ein Framschen. Vielleicht auch. Zum Ausstoßen. Wofür ist das? Zum Ausstoßen. Das ist echt gut. Keine Erfahrung damit. Ich auch nicht. Aber nicht klar. Also. Ich meine da gibt es immer zwei Typen so. Und ich bin eher der der halt den Knoten rein macht dann einfach. Also ich kenne da halt nix so. Was? Ich mach einfach einen Knoten rein meistens. Ja. Also manchmal hilfreich zum Casten. Aber. Die ist unbegunst. Ja du willst. Kann ich sie geschenken. Wenn das dann ganz über Flash schon hört dann wisst du was los ist im Stream. Mensch. Hier. Wer war das? Airo Käse. Hast du uns denn die ganze Zeit nicht zugehört? Das ist das Problem. Wenn man diesen Stream hier mutet. Und auf anderen Streams unterwegs ist. Dann verpasst man halt auch mal die wichtigen Informationen. Und wenn du jetzt sagst. Nein. Ich habe gerade erst eingeschaltet. Dann frage ich. Wo warst du die anderen alten Maps? Wenn du sagst. Du hast geschlafen. Weil du gleich aufstehen musst. Äh. Beziehungsweise gleich arbeiten musst. Und gesehen hast. Der Stream ist aber noch live. Wolltest aber trotzdem nochmal reinschauen. Ähm. Dann sage ich. Herzlich willkommen. Und äh. Es ist gerade Pause. Weil der TeamSpeak Server während der zweiten Pistol-Round. Also wir sind in der zweiten Halbzeit. Erste Pistol-Round. Ähm. Gibt ja dann auch nur eine. Also wir sind in der zweiten Halbzeit. Letzte Map. Pistol-Round. Während dieser Runde ist der TeamSpeak für beide Teams gecrashed. Und deshalb wurde danach die Pause reingehaut. So. Jetzt habe ich es. Es ist wirklich sehr schwierig um diese Zeit. Ähm. Wir haben. 5 Uhr 23 mittlerweile. Am Morgen. Für uns sind. Und ich muss sagen. Das vielleicht äh. Auch für euch. Ihr könnt da parallel mithören. Ich bin heute früh aufgewacht. Nach. Halb 6 bin ich glaube ich schlafen gegangen. Mhm. Und um. 10 Uhr 13 und sowas. War ich wach. Ja das ist. Ich konnte auch nicht mehr schlafen. Ich habe versucht. Ich war ja auch nicht bei dir. Ich war ja auch nicht bei dir. Genau. Ich habe es versucht. Ich konnte aber nicht mehr einschlafen. Dann habe ich auf Readmore hier die ganzen Match Comments gelesen. Ja. Das hat mich sehr lange schon mal beschäftigt. Und dann habe ich ein paar andere Sachen geguckt und gecheckt. Ja und dann äh. War es eigentlich schon zu spät. Dann äh. Hat es dich nicht mehr gelohnt zu können. Ja. Deshalb. Dann bin ich. Nach. 4-5 Stunden geschlafen. Und jetzt hier die. Was sind das jetzt? Ähh. 5-10 Uhr los. 2-3-4-5-9-7-5-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-6-4-9-6-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-10-9-9-9-9-9-9-9-4-1-4. Maybe ich habe eine Uptime-Command? Das ist dann nicht so auff waist classroom als eine Uptime. Ja. Also 360 Tools gemacht auch noch auf die Weileiyanein. Ja und jetzt sind doch noch 14,5 Stunden. Sind wir jetzt wieder auf den Beinen? Ja. So, wer hat gewonnen, wird da gefragt. Im Chat wird das Pro. Die haben nämlich die Pistol Rounds in der zweiten Halbzeit geholt und danach hat man sich darauf geeinigt mit dem GG auf Golden God. Und deshalb beendet. So, aber jetzt nochmal wirklich serious, ganz kurz. Nur kurz. Könnt ihr ein bisschen mehr mit dem Knife spielen? Meint ihr hier da vorne, die ihr was? Spiel mal mit dem Knife. Ihr kennt's doch die Knife. Wenn du mir eins mit... Nein, mach ohne. Dann tu ich mir was weh. Ja, aber das wollten sie ja sehen. Man. Damit können wir übrigens morgen das Loch fürs Piercing stechen. Wer mehr Umdrehungen schafft. Aber Kopf rüber. Ja, Alter. Also, dreck mich bitte nicht mit. Also, quasi nur so den Finger und dann wer mehr Umdrehungen schafft. Du kannst auch andersrum machen. Jetzt geht's weiter. Oh, ja. Wir gehen ins Spiel. Zum Glück. Sonst geh ich dir irgendwann echt noch drauf. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020